Oder allgemein gar kein Ding ins Meer? Ich hab nur 5 Holz hier Scheite oder halt so Braumstämme in meiner Hosentasche Ah, kannst ja so die rumtragen Ja, klar Ist ja gar kein Problem Mal überlegen, was kann ich denn jetzt hier noch kaputt hauen? Im Prinzip muss ich jetzt... Ne, ich muss nicht warten Wow, was denn das für ein Vieh? Was denn? Ein Auge, ein laufendes Auge In der Dunkelheit? Nein, ich bin im Hellen Oh Es greift mich an, Hilfe Geh weg Wirst du jetzt etwa sterben? Nein, es ist abgehauen Oh Lass mich in Ruhe Ey, die rennen hier überall rum Aha, wo bist du denn? Bist du woanders hingegangen? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen weiter weg von Zuhause, aber es rennen riesige Augen mit Guck mal auf die Karte, ist es als andere Insel erkennbar? Das siehst du ja am Boden Nein, ist es nicht Okay Interessant Also hier rennen so eine riesigen Viecher rum, die mich versuchen zu töten, glaube ich Sie sind auf mich zugegangen und haben, glaube ich, versucht mich anzugreifen Ich überlege, dass ich mir vielleicht mal dann eine Kiste baue und dann da drinnen den Locksuit aufbewahre, das sollte ja hoffentlich gehen Was habe ich denn da? Habe ich auch schon gemacht Du kannst bloß den Rucksack da nicht reinpacken, leider Aha Gut, jetzt weiß ich auch, warum sie mich angreifen Geh weg, geh weg Die beschützen ihre Nester Es gibt Augennester? Ja Okay Wie sieht denn das aus? Eine Augenhöhle? Ne, musst dir vorstellen Es ist ein Nest mit einem Ei drinnen Aber die Augen sehen halt aus wie ein Strauß bloß Also ein Auge mit langen Beinen Und auch mit Flügeln Okay Es ist eher makaber Okay Naja Ich freue mich schon drauf, diese Kreatur selbst erblicken zu dürfen Ja Musst halt mal ein bisschen mehr rumrennen Ja Hier war ich schon überall mal Vielleicht schlafen die Viecher ja in der Nacht, das wäre cool Okay Ich glaube ich habe halt alles Also am nächsten, am sechsten Tag kann ich wahrscheinlich Ähm, mir dieses Bienending machen Cool Ich habe ja bis jetzt noch gar keine Spinne gefunden Deswegen äh Okay Bin ich da etwas überfragt mit Bienenviechern Ach, noch ein Schweinedorf Oder ist das das, ist mein... Ach, ist das Schweinedorf, was ich schon kenne, okay Aber erstmal ist es wichtig, jetzt hier wieder Stöcker zu holen Gut Die Schweine reden sogar mit einem Who are you? Und so Okay, es wird spät Langsam Okay Okay, okay, okay Aber ich gucke jetzt noch ein bisschen rum Na, da ist ein Schmetterling Den können wir vielleicht einsammeln Ja Schmetterling Holzscheiter habe ich 13 Alter, ich hole mir jetzt noch ein paar Holzscheiter habe ich eine Axt Aber was kann ich mit den Vögeln machen? Hm Musst du gucken, ich weiß es nicht Die müssen ja für irgendwas gut sein Verdammt, ich hatte noch eine Axt, egal Ach egal, ich geh jetzt einfach zurück It's getting dark Ich muss auf jeden Fall mehr Holz besorgen, das reicht nicht aus Was ich eben tate Ach, Holz wächst ja wie Sand am Meer Auf jeden Fall ist ganz viel Holz da Okay, ich bereite mich mal darauf vor, eine Fackel aufbauen zu müssen Okay Ein bisschen was futtern Okay, Fackel raus Oh, eine Fackel, Kollege Benutzt sie auch Das fällt jetzt erstmal wieder Okay Okay, einfach nach oben gehen Dann ist hier meine Irgendwo meine Ah, hier Wieso habe ich eigentlich noch eine Falle? Das ist noch eine Falle? Ja Gibt es nur eine für kleine Tiere? Damit kannst du bestimmt auch Hasen fangen, oder? Ja, eigentlich schon, aber Was soll's Okay, jetzt erstmal So, Feuer gemacht Bienen holen Ich Feuer machen Oh, böse Bienen Stirb Hase Gib mir dein Fleisch So, okay, äh, upsala Ich brauche hier bloß vier Bienen, also kann ich die anderen töten Das ist ein Prinzip, das lobe ich mir So Alchemie Engine Research Okay, dann schmeiße ich jetzt erstmal noch Gut, passt So, jetzt holen wir uns bloß noch, ähm, so eine Honig warm Und dann können wir, glaub ich mal, hier so eine Box bauen Halt den Mund, Anti- Aber, jetzt hast du erstmal was hier mitten im Spiel aufgehauen Oh Lustig Ah, ist alles noch an Ist alles noch okay Okay, okay Wollte ich schon sagen Du kannst nicht mehr tragen? Kannst ja gar nichts mehr tragen, scheiße Ach dann, weißt du was? Machen wir noch Holz Das Problem habe ich gerade auch Weil mein Ding jetzt ist auch komplett voll, mein Rucksack Ja, er kann ja Gott sei Dank noch was in der Hand tragen, also halt auf dem Ausfall Stimmt, da hat er gerade nichts, merke ich gerade Äh, dann hauen wir da erstmal die Axt rein, die er gebrauchte Und hacken die Bäume, die wir gerade gemacht haben Ich muss mir unbedingt mal eine zweite Kiste holen Ich brauche erstmal, kann man in die Kisten auch keinen Rucksack reintun? Ne Kann man da wenigstens das Ah, ist wieder Tag Okay, Schmetterling, tauchen wir Weißen wir uns mal was hier Ein paar Bretter Okay Das Fleisch können wir essen Machen wir es mal vier Gut, jetzt sollte ich mir die Box bauen können Okay, ich brauche noch ein Holz Ach, okay, das war eine Science Machine Ich dachte eben schon, ich hätte mich verguckt Was hast du denn jetzt, was hast du denn gemacht? Oh, ich habe die falschen Bienen Ich habe Killer Bienen eingefangen Aber man braucht ganz normale Bienen Ja, die, die fliegen am Tag rum Da musst du einfach nur mal an den Bienenstock gehen und gucken Den habe ich ja zerstört Ja, da musst du an einen anderen Bienenstock gehen Oh, ich habe es jetzt freigelassen Jetzt greifen sie mich an Nein! Scheiße! Stirbt! Du Noob! Aber, das ist trotzdem cool So Ich kann mir jetzt so eine eine Alchemy Engine bauen Unlock even more Crafting Recipes Also im Endeffekt doch eine andere Also, wieder nur eine Eine erweiterte Asia Box So in etwa Warte mal, mal gucken, ich schmeiße jetzt mal einen Mal gucken, was kann ich denn da reinschmeißen Schmeiß doch mal den Ring ins Feuer Ja, nee, den gerade nicht, eine Falle Warte erstmal Dann schmeiße ich mal ein Ding ins rein Eine Karotte Drei, okay, also da ist dasselbe auch Scheiße, vielleicht hätte ich keine Karotte reinschmeißen sollen Ah, mehr Ich habe hier mal wieder alles voll Mit Zeug Ich bin gerade relativ leer Aber ich brauche mehr Gras Du brauchst mehr Gras? Mhm Mhm Und ich brauche Holz, ganz viel Holz Okay, erstmal wieder was da rein in das Feuerteil So, jetzt haben wir ja genug Eine zweite Kiste mal schnell bauen Ah, verdammt, keine Axt mehr So, und vielleicht gehe ich jetzt mal auf gezielte Suche nach Äh, wie heißt das Spinnähnlichen Kreaturen Tja, das könntest du ja mal machen Nach Arachnoiden suchen und so Uh Nur um mal ein bisschen bewandert zu klingen Übertrieben schlau und so, ne Ja Auf jeden Fall lachen Ja Sagt der Noob, der die Killer-Bienen fängt Ja Das war ein sehr ausgeklügelter Plan Ah, ich glaube die Killer-Bienen kannst du auch für irgendwas benutzen Ah, ich weiß es nicht Jetzt ist sie tot Ne, kann man doch nicht Ich habe bloß die Vermutung gehabt, kann man aber nicht Okay Ah, ich finde es ganz gut, dass hier gerade zu viel Essen ist, was ich zur Verfügung habe Ich habe mir jetzt mal eine Torch gemacht Eine Torch Ich will mal ein bisschen rumrennen, ja Aber viel Licht hast du trotzdem nicht Viel Licht hast du nicht, du musst auch, bist du gerade in der Nacht oder was Ja Musst aufpassen, das Teil geht aus nach einer Zeit Okay Musst du unten einfach gucken, da sind Prozente angezeigt Ja, okay So, mal weiter Aber Hasen habe ich hier keine gefunden Keine? Musst du auch in der Nähe von den Löchern gucken, die liegen auf den Löchern drauf und schlafen Hm So, ich hoffe die Bienen greifen mich nicht an, wenn ich in die Nähe ihres Hauses gehe Ich will nur die Karotten haben Also wenn du gegenschlägst, dann greifen sie dich an Das weiß ich, ich habe ja schon einmal gegengeschlagen Okay, hier ist Wasser Aber ganz ehrlich, Wasser sieht nicht aus wie eine Spinne Hm 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 Naja, machen wir Seile, das können wir ja so gut Ja, Seile ist auch wirklich praktisch, muss ich sagen Ja, was man alles aus Gras machen kann Naja, eigentlich so, im Endeffekt ist es ja normal, dass man aus Nicht jetzt hier direkt Gras, aber halt aus Weed macht man ja, also aus Hanf macht man ja Seile Mhm, normalerweise schon Also aus Weed, ja super Ja Du bist der Experte Na das nur nicht Ich würde sowas nie tun Daraus Seile machen? Stimmt, du machst ja immer andere Sachen damit Nein, andersrum, ich würde sie nie Nie andere Sachen damit machen Ich mach nur Seile daraus Da kannst du dich nicht mehr rausreden Ich kann alles Das war gleich Nacht Hey, ein Pickhaus gibt es auch Ein Pickhaus? Ein Schweinehaus? Ja, und es gibt ein Birdcage Ach siehste, dann weißt du jetzt, was du mit den Vögeln machen kannst Ja, brauche ich hier 6 Gold für Boah, Hust Musst du Gold suchen gehen, also ganz ehrlich Was besseres als das Ich habe ja noch nicht mal Schweine gefunden Ach so Okay, was können wir noch machen? Okay, mal überlegen, ich brauche jetzt auf jeden Fall was zu futtern Ich noch nicht, aber ich brauche gleich eine Fackel Vorbereitung für die Fackeltreffen Also erstmal gucken, wo bin ich? Da oben Holz haben wir genug Aber ich habe gerade gesehen, diese Augen-Ei-Nester sind auf der Karte verzeichnet Ja, musste aber auch erstmal eins gefunden haben Ich habe zwei schon gefunden Ich renne jetzt erstmal zurück zum Ausgangspunkt Mach mir noch ein bisschen aus Gras ein bisschen Seile und verpfeife die dann gleich wieder Okay, eine Biene, die kann ich schon mal einfangen Brauchst du vier normale Bienen oder was? Ja Was hast du eigentlich für Vögel gefangen? Normale Vögel oder Raben? Rote, rote Vögel Oh, es wird dunkel Vor allem mein Netz ist durch die ganzen aggressiven Bienen schon kaputt Fast, ich kann nur noch eine Biene einfangen Ich könnte den Picking angreifen, wenn ich jetzt verrückt wäre Dazu muss ich nämlich die Fackel weglegen Hast du übrigens schon mal die tolle Zoom-Funktion benutzt? Hey, ist das da ein lebender Baum? War das gerade ein lebender Baum? Habe ich das richtig gesehen? Cool, hier gibt es auch Fireflies in dem Spiel Also, äh, Feuer fliegen Ja, Glühwürmchen meinst du? Ja Ich glaube der Baum ist eben größer geworden, oder? Er lebt Achso, Bäume wachsen auch Ja Das hatte ich über Nacht schon gesehen, aber es sah eben so komisch aus, weißt du? Ich dachte, der lebt So, noch eine Fackel für einen Weg gemacht, damit die das... I will destroy you Vielleicht geht die Fackel aus, aber ich habe zum Glück... Es ist schon ein bisschen gruselig, wenn die ganzen Bäume hier wachsen Von den Bräuschen her Achso Es hört sich fast so wie Schnauben an, so, weißt du, von einem Tier So, ich sehe wieder was Okay, ich habe ein Wildschwein gefunden Ein Wildschwein? Wow, 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 es greift an, es greift an und ich... Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde Stoppst schon wieder Da ist noch eins, da ist noch eins Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier Gut, dass ich schneller bin So, ich will jetzt einfach nur noch meinen... Nach Hause finden, mein Zuhause finden Ja, einfach nur nach unten laufen Okay, ich habe es umgebracht Du hast es umgebracht? Ja, es war recht leicht mit dem Speer umzubringen Aber die Nacht ist auch gleich vorbei bei mir Ich habe schon Schreck gekriegt, dass das hier jetzt voll das krasse Vieh wäre, aber ne Ist es ja gar nicht Hinterlässt wahrscheinlich auch ordentlich Fleisch, oder? Naja, ein Monsterfleischding Drei Schläge mit dem Speer und das ist tot Mach ich erstmal hier, so Ach, schöne Sache, schöne Sache Zuhause und du weißt, das ist sicher Und dann ein Seil herstellen Wo sind denn Seile? Seile, Seile Da sind keine Seile da unten Alter Kollege, mach ein Seil Achso, hat grad geladen Er hat nachgeladen Nein, er hat... Hahaha Ich will jetzt unbedingt so ein Scheiß Vieh finden So ein... Eine Spinne? Ja! Spider-Man Ja, ich hätte ja auch gerne hier mal den Schweinekönig gesehen Ja, haben wir so in etwa beide was verpasst Ja Speer-Sleepdart Na gut, vielleicht ist ja hier was Fire-Dart Beemine Papyrus Ein bisschen weiter weg von meinem Zuhause, kann ich mich ja noch bewegen Mit FEG Amulett Eine Panflöte Okay Ein Sturmgewehr, alles da Cool Ich folge jetzt einfach mal dem Weg, auch wenn es bald durch wird Zumindest ein Stückchen weiter kann ich noch gehen Guck mal, kann ich ja rauszoomen, ein bisschen Naja, hab ich ja... Hab ich doch schon nachgefragt, ob du schon mal den Zoom probiert hast Achso, äh, hab ich nicht zugehört Hey, wenn du dem Weg folgst, dann kommst du hier Dann kommst du hier